Musik Nicht leichter. So, Smirnov gegen Yusin Min. Ja, nicht die Beste der Welt, aber eine der Besten der Welt. Werner Schlager wäre es natürlich recht, wenn Yusin Min diesen Punkt macht, dann müsste... Janisch hat ein guter Service, einen perfekten ersten Ball. Präsentiert sich sowieso in letzter Zeit in Topform. Das ist eigentlich der Sitzende. Hat einmal einen Europa-Top-12-Tour gewonnen. Hat auch schon Pro-Tour-Grand Prix-Erfolge auf seinem Konto. Also, 31 Jahre ist er alt, zählt auch schon zu den routinierten Spielern. Also, es ist wie immer Vorsicht angesagt. Und das irritiert doch ein bisschen. Und das war's auch. 11 zu 6. Da kommt die Faust in den Rad los. Das ist gut. Das ist ganz gut. 2 zu 0. 3 zu 0 Satzführung. Hat dann herrliche von Sef. Und das war's. 11 zu 6. Möglicherweise ein historischer Satz. Denn wenn Yusin Min diesen Satz gewinnt, dann... Schau mal mit guter Qualität. Naja, das ist ja so. Sechst genug sagen. Der erste Champions League-Tit. Der zweite Champions League-Tit. Der erste Champions League-Tit. Der zweite Champions League-Tit. So, es bleibt weiter spannend. Wie gesagt, es fehlt nur noch ein Satz zum Sieg. und das ist die gefürchtete Vorhand, vierten Satz wir sind schon alle ein bisschen durcheinander denn es sind nur noch Spitzenballwechsel zum Ball zwei und das war's, da springen sie auf das war's meine Damen und Herren der SV Siederösterreich gewinnt erstmals in der zehnjährigen Vereinsgeschichte den Champions League Titel Werner Schlager, Daniel Abeson, Chen Wai-Shin und Yusin Min, Aga bei Bettina Müller bei Yusin Min, bei Obmann Karl Hansel, sie haben's endlich geschafft, das 3 zu 0 Hinspiel jetzt, die Partie ist natürlich noch nicht zu Ende, es steht 1 zu 1 aber